Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Packs Trailer. Heute habe ich mal wieder eine Maschitex Extra Packung für euch und diese werde ich jetzt öffnen. Das ist ein Basepack. Da habe ich Karim Guide von Freiburg, Ter Stegen von Gladbach, Peter Girasek von HSV, Julian Schieber von Dortmund und Dong Bongji von Augsburg, nur ein Transfer. Ter Stegen war ein Fans-Favorite mit 95 Gesamtstärke. Ja, nichts besonderes. Und danke fürs Zuschauen und abonnieren und liken nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Einfach links oben auf den Button klicken und meinen Kanal abonnieren. Wenn ihr zu meinem Kanal wollt, einfach in die Mitte klicken. Wenn ihr rechts oben auf den Button klickt, gelangt ihr sofort zu meinem letzten Video.